Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part mit unserem wunderbaren Schalke Let's Play, das mich ja in diesem Jahr oder in diesem FM-Jahr so extrem geärgert hat und zugleich so extrem gefreut hat. Es war ein absolutes Up and Down, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind wahnsinnig bescheiden in die Saison gestartet und es gab so Phasen, wo ich mir echt gedacht hätte, das Ding wird kippen, das Ding wird nicht gut gehen, wir werden wahrscheinlich entlassen und das wäre auch was gewesen, dann hätte ich im Endeffekt beide Let's Plays in diesem Jahr verkackt, das wäre mir auch noch nie passiert. Aber tatsächlich haben wir im Endeffekt jetzt unser Saisonziel erreicht, wir haben den Aufstieg geschafft und mir ist schon bewusst, dass wir jetzt nicht super souverän waren und dementsprechend gehe ich mit einem anderen Gefühl jetzt in die erste Liga, als ich zum Beispiel mit Sampdoria gehe, weil da haben wir ja auch den Aufstieg geschafft, aber da war es ein bisschen souveräner und da habe ich auch ein besseres Gefühl für die erste Liga als hier, um ehrlich zu sein. Dementsprechend werden wir auf jeden Fall einiges tun müssen, um Qualität in den Kader zu bringen und das Ganze zu schaffen. Übrigens sehe ich gerade, dass ich meinen Greenscreen heute gar nicht anhabe, aber egal jetzt, im Endeffekt bei den Safe Games habe ich ihn hin und wieder auch nicht da, also kann sein, dass mal irgendwann eine Katze im Hintergrund ist, wir werden sehen. Ja, das heißt, wir starten jetzt einfach mal in diesem Saisonübergang, wir sind aktuell noch als Zweitligist gereiht, das heißt, das Jahr ist noch nicht offiziell abgeschlossen, was ja auch logisch ist, denn es ist zum Beispiel ja noch nicht mal das Playoff gespielt, da hat ja, glaube ich, Kräuter führt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, noch die Chance, ja, so ist es. Die spielen jetzt noch das Playoff um den Aufstieg, auch hier war es sauknapp, ah ja, da ist der kleine Loki, verschwindet hinten gerade in seiner Box. Ja, das heißt, das ist Wahnsinn, auch St. Pauli hatte noch richtig gute Karten. Also unfassbar spannende Saison, die zu Ende geht, ich bin froh, dass wir es jetzt gepackt haben und jetzt warten wir im Endeffekt einfach mal darauf, dass wir in die neue Saison gehen, dass wir dann als Bundesligist gerankt werden, weil dann müssten auch die Marktwerte raufgehen und dann würde ich sagen, werden wir schon langsam mal ein bisschen ausmisten. Und was wir jetzt vorher noch machen, ist, wir schauen uns den Kader jetzt mal so an. Das heißt, ich möchte mit euch so ein bisschen durchbewerten, welche Positionen gut funktioniert haben, welche nicht so gut und ich dachte mir auch, da habe ich jetzt schon ein bisschen was ausprobiert, dass wir eventuell noch eine dritte Taktik machen, ein 4-4-2-System. Das würde wahrscheinlich zu unserem Spielern und unserem Spielermaterial ganz gut passen, aber dazu kommen wir vielleicht später mal. Grundsätzlich würde ich sagen, bleiben wir jetzt bei der 4er-Kette. Also ich bin ehrlich gesagt jetzt wirklich ein bisschen weggekommen von der 5er-Kette und ja, ich glaube, da werde ich auch einige von euch zufriedenstellen, wenn wir da jetzt im Endeffekt diese Variante nicht mehr probieren. Gut, gehen wir mal die Positionen durch. Im Tor Marius Müller, da sieht man von seinen derzeitigen Fähigkeiten her drei Sterne, das heißt eigentlich wäre hier noch Luft nach oben, finde ich auch von den Fähigkeiten her, um ehrlich zu sein. Die letzten fünf Spiele hat er super gespielt, aber allgemein, ja, 698er-Note, das ist solide, aber jetzt nicht aufregend. Er will einen verbesserten Vertrag, würde ich ihm persönlich nicht geben. Ich weiß nicht, was ihr meint, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, weil jetzt bin ich dann bald fertig mit dem Vorbereiten vor Aufnehmen, das heißt, dann kann ich wieder auf eure Kommentare eingeben, also schreibt mir gerne. Meiner Meinung nach könnte man die Torwart-Situation bei uns komplett umbauen, denn Müller geht, glaube ich, besser. Für Fehrmann habe ich jetzt tatsächlich, ich habe jetzt mal den Berater gefragt, ob es Interesse gibt, kriegen wir jetzt wahrscheinlich ein Angebot, nämlich von Köln. Dann würden wir den endlich von der Gehaltsliste kriegen, den 35-Jährigen, nämlich 1,19 Millionen, das wäre natürlich super. Und da muss man schauen, was nachkommt. Da war Hekerin zum Beispiel, kann man jetzt als zweiten oder dritten Torhüter belassen, wobei in der Bundesliga hätte ich wahrscheinlich auch Bauchschmerzen ein bisschen, aber könnte man auf jeden Fall im Kader belassen. Und ja, dementsprechend würde ich mal sagen, dass wir im Tor einen Stammspieler brauchen werden. Dann schauen wir vielleicht die einzelnen Positionen jetzt in der restlichen Mannschaft noch durch, rechts hinten. Ah, wir können übrigens den Kaderplaner nutzen, weil ich habe den jetzt schon ein bisschen eingestellt. So, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet auf das Ganze hier. Während Loki übrigens wie wild herumklettert hinten und glaube ich bald runterfällt. Ich zeige es euch mal kurz. Also ich weiß gerade nicht, was er da macht, kurz off-take, aber tatsächlich ist es so, dass jetzt bei mir hier im Arbeitszimmer oder im Aufnahmeraum, das ist hier wirklich ein Raum, den ich eigentlich komplett dafür habe, glücklicherweise in der Wohnung, ist jetzt Chaos. Es stehen überall Kisten rum und Boxen rum und der Kleine, das ist gerade richtig süß. Ja, ich habe gehofft, dass er halbwegs ruhig bleibt jetzt während dem Aufnehmen, weil er gerade ein bisschen on fire ist, aber... Ja. Drei Monate alt ist er jetzt, glaube ich. Vier Monate. Vier Monate müsste er sein, genau. Ja, gut. Also ihr könnt jetzt mal im Hintergrund, ich lasse es einfach mal so. Wobei, dann kann sich wahrscheinlich keiner konzentrieren. Aber es sieht halt auch einfach netter aus als ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was er da gerade macht. Ich glaube, der wird gleich rüberspringen. Loki? Ich lasse das jetzt drin. Ich glaube, der wird echt rüberspringen, oder? Ich habe gerade echt Angst. Ja. Okay. Und was wird das jetzt? Hilfe. Lustiges Outtake eigentlich, aber ich lasse das einfach drin im Take. Ja. Und bei euch so? Alles gut? So, ich versuche jetzt einfach mal weiterzumachen und weiterzumoderieren. Gut. Wir haben die Rechtsverteidiger-Position. Ich glaube, der bringt mich bald um. So, Moment. Wie kriege ich den da runter? Ah, da haben wir ihn. So. Wie ein kleines Kind, Leute. Ich sage es euch. Also die Rechtsverteidiger-Position. Da haben wir jetzt natürlich mit Nadir Sotea eine Neuverpflichtung gehabt. Und ich finde, dass der schon überzeugt hat. Er hat auch sieben Assists gehabt in diesen 28 Partien. Das heißt, er hat nicht mal annähernd alle gespielt. Und trotzdem sieben Assists. Super Durchschnittsnoten. Da habe ich ehrlich gesagt schon ein ganz gutes Gefühl, wenn wir mit denen in die Bundesliga gehen. Backup Vincent Manuba finde ich ehrlich gesagt auch klasse. Vor allem, weil er so ein gutes Talent ist. Ich finde seine Fähigkeiten jetzt schon solide und er ist erst 18. Dementsprechend würde ich rechts hinten nichts machen. Auf der anderen Seite haben wir den Merkin. Der defensiv so seine Schwächen hat. So ehrlich muss man sein. Stellungsspiel, Tackling, Deckung. Dafür ist er halt wahnsinnig offensiv stark. Das werden wir ja auch in der neuen Taktik brauchen. Und in der neuen, in der ersten Liga genauso. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, nehmen wir den auf jeden Fall mit. Drei Tore, sechs Assists. Dementsprechend würde ich links hinten auch nichts machen. Innenverteidigungssinn wir komplett überbesetzt. Was natürlich daran lag, dass wir in der vorherigen Formation sechs Innenverteidiger gebraucht haben, um die Positionen doppelt zu besetzen. Und dazu noch die langzeitverletzten Kreiml zum Beispiel und so weiter. Da würde ich persönlich jetzt mal den Baumgartel nehmen, wenn er denn nicht wechseln will. Das ist die Frage, weil er wird mit seiner Spielzeit nicht ganz so glücklich sein. Aber wir sehen hier von den Fähigkeiten an und für sich, ist er schon ein guter. Ich sage jetzt mal, wenn ein Angebot kommt, das uns ein paar Millionen in die Kassen spült, dann bin ich auch nicht böse, wenn wir ihn behalten. Madridschani finde ich persönlich gut. Mich stört die Sprunghöhe ein bisschen. Würde ich jetzt eher so in der Backuprolle rechts in der Innenverteidigung sehen. Aber allgemein finde ich ihn schon ganz cool und ich finde, das passt dann schon relativ gut. Dann haben wir links in der Innenverteidigung. Ja, theoretisch mal Barbosa. Der hatte einen Notendurchschnitt von 6,99, was grundsätzlich schon mal ganz gut ist. Und ja, ich finde, er hat seine Sache gut gemacht. 16 Einsätze, 1 Assist, kein Tor, das ist ein bisschen schade. Aber allgemein finde ich schon, dass der ziemlich klasse hat. Vor allem, weil er halt auch am Ball sehr gut ist. Und er hat einen sensationellen Marktwert. Das ist nämlich gerade der Zweitliga-Marktwert. Nein, du springst da jetzt nicht drauf. Das ist jetzt der Zweitliga-Marktwert. Das heißt, im Endeffekt könnte es sogar sein, dass der noch weiter rauf geht, wenn wir aufsteigen sollten. Also das wäre zusätzlich noch der absolute Hammer. Weil dann könnte man mit dem 29-Jährigen vielleicht auch einen ganz guten Deal machen, wenn der dann vielleicht, keine Ahnung, für 20 Millionen nach Saudi-Arabien geht. Ich sage es jetzt mal übertrieben. Boah, Loki. Er ist halt gerade auch echt viel zu süß, um ehrlich zu sein. Ich habe mir schon gedacht, dass es Klicks bringt, wenn man da ein Kätzchen in die Videos einbaut. Jetzt kommt der wieder her. Oder? So. Sorry, Leute. Gut. Dahinter ist jetzt die Frage. Da bin ich mir jetzt nicht ein bisschen unsicher, was wir mit Leo Greimel machen sollen. Vielleicht schreibt ihr mir da auch eure Meinung in die Kommentare. Grundsätzlich ist das ja ein Wahnsinns-Talent. Hat auch noch Luft nach oben. 22 Jahre halt. Aber er hatte halt gerade erst den Kreuzbandriss und er ist relativ verletzungsanfällig. Der Grund-Fitnesswert von 8 ist halt auch nicht gut. Weil wenn er schon verletzungsanfällig ist und sich dazu dann noch verletzt, dann haben wir halt einfach die Situation, dass der vielleicht für Probleme hier sorgt. Weil wenn der länger ausfällt und der Fitnesslevel dann halt weiter sinkt, dann sieht es halt nicht gut aus. Dementsprechend wäre ich auch nicht abgeneigt, Greimel abzugeben, um ganz ehrlich zu sein. So wie es mir auch tut. Ich würde dann als fünften Innenverteidiger den jungen Niklas Bartel nehmen, ehrlich gesagt. Bartel hat jetzt nicht unbedingt das Niveau für die Bundesliga, aber er ist ein Spieler aus der eigenen Jugend. Und ich sage jetzt mal, als absolute Notlösung kann man den vielleicht behalten. Also Innenverteidigermäßig würde ich nichts machen. Da würde ich sogar dann eher schauen, dass wir noch was verkaufen. Dann haben wir rechts hier im zentralen Mittelfeld die defensivere Variante. Daher würde ich jetzt mal den Tempelmann sehen. Das wäre dann so ein bisschen die Rolle, die Tower bei uns jetzt gehabt hat. Der Leihspieler, den wir ja leider gehen lassen müssen, so wie es aussieht. Und die andere Idee wäre, Schuppermann auch vorzuziehen. Weil er das ja auch gut kann, defensives Mittelfeld spielen. Könnte ich mir bei ihm ehrlich gesagt auch richtig gut vorstellen. Vielleicht sogar als erste Wahl, dass wir den hier auf der Position spielen lassen. Und ja, gerade gegen die offensiv starken Gegner aus der Bundesliga wäre das vielleicht schon eine gar nicht so schlechte Idee. Links ist dann die Spielmacherrolle. Da würde ich mit Schallenberg und Segou hinwechseln. Schallenberg grundsätzlich als Spielmacher finde ich ihn halt sehr gut, weil er einen super Passwert hat. Auch die restlichen Werte wie Technik, Übersicht, Teamwork und so sind sehr gut. Ich würde dann den Segou hin als erfahrenen Backup nehmen. Und dann ist jetzt die Frage, was wir mit Schäker machen. Ich glaube, Schäker werden wir auf der 10 spielen lassen. Den streiche ich hier mal raus. Der hat sich gerade am Ende der Saison noch ziemlich gefangen. Zwei Tore, ein Assist finde ich persönlich ein bisschen wenig. Grundfitness wäre 12 bei einem 29-Jährigen. Da sage ich auch ganz ehrlich, wenn wir da ein gutes Angebot kriegen, würde ich dem auch keine Steine in den Weg legen. Den können wir gerne machen. Und der Osmani, der jetzt wieder mal verletzt ist, ist aber nicht verletzungsanfällig grundsätzlich. Der hat mir halt richtig gut gefallen. Er hat nicht viel gespielt. 11 Spiele, ein Tor, drei Assists. Aber im Endeffekt ist das halt echt die Frage, wie wir da machen. Weil, um ganz ehrlich zu sein, vielleicht würde ich da sogar noch auf der 10 jemanden holen. Rechtsaußen, da sehe ich dringenden Handlungsbedarf. Ich habe da Brian Lasme jetzt mal aufgestellt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mir hat er in der zweiten Bundesliga nicht gefallen. Fünf Tore hat er im Endeffekt gemacht. Ich hätte sogar gedacht, dass es weniger war. Aber er würde vielleicht rechtsaußen ganz gut passen als offensiver Flügelstürmer, der auch für Torgefahr sorgen kann. Schnell ist er, super Sprunghöhe, was für die Standards gut ist. Er kann auch flanken. Er kann, was kann er noch? Einwürfe, weiter einwürfe kann er. Im Endeffekt könnte ich ihn mir vorstellen als Backup, dass wir rechtsaußen vielleicht noch jemanden holen. Ugo Romano. 15-jähriges Top-Talent, das wir hochgezogen haben aus unserem New Gen. Also aus unserem Youth Intake. Den können wir dann in der ersten Mannschaft belassen. Linksaußen, Ugo, nach innen ziehend. Ich hoffe einfach, dass wir den noch lange behalten können und mit dem noch viel Freude haben werden. Und wenn nicht, dass wir ihn für viel, viel Geld verkaufen. Aber da brauchen wir dann linksaußen auch noch jemanden. Und Stürmer haben wir mit Top und mit Keuter. Finde ich mal zwei sehr gute. Seku Keuter wird natürlich spannend. Sehr schneller Stürmer. Dazu dann noch KK Top, der ja gegen Ende der Saison super getroffen hat. Und dann noch für ein Jahr den erfahrenen Terrode. Also ich finde ehrlich gesagt die Stürmersituation auch nicht schlecht. Das heißt, brauchen tun wir meiner Meinung nach zwei Flügelspieler. Einen links, einen rechts und einen Zehner bergab. Wobei, wenn einer von den beiden Flügelspielern auch Zehner spielen kann, kann ich auch gut damit leben. Das wäre mal ganz wichtig. Und eventuell noch einen Torhüter. So weit, so gut. Jetzt schauen wir noch kurz auf die Leihspieler. Beziehungsweise bevor wir das machen und ich es vergesse, schauen wir auf die Finanzen. Weil das wollte jemand von euch auch haben. Hier war der Schuldenabbau der richtig krasse. Durch die Vereinsübernahme. Oder Umschuldung war es. So irgendwas. Wir sehen, dass trotzdem die Schulden angewachsen sind. Aber das Problem ist halt einfach, es kommt in der zweiten Bundesliga zu wenig Geld rein. Für so einen großen, teuren Klub, wie wir es sind. Dementsprechend sind wir jetzt wieder bei 9 Millionen Schulden. Gut ist, dass wir 16 Millionen in diesem Monat eingenommen haben. Dementsprechend ist das nicht so schlecht gewesen. Aber ja, da ist natürlich jetzt noch Luft nach oben. Wir sehen hier unser Budget. Gehaltsbudget 10 Millionen. Transferbudget ist 62.000. Also da müssten wir verschieben. Und aktuell sind 25% der Transfereinnahmen reinvestierbar. Das heißt, kurz gesagt, ein bisschen was kriegen wir auch, wenn wir Spieler verkaufen. Aber nicht so richtig. Also auch da gibt es deutlich Luft nach oben. Da müssen wir jetzt mal schauen, was wir daraus machen. Gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt nicht zu früh versuchen, Spieler unter Vertrag zu nehmen. Ich würde nur jetzt folgendes... Boah, ist denn da los? Achso, das ist Serdar Tekin. Das ist der, den wir nicht aufgenommen haben, weil der den Vertrag nicht haben wollte. Ich würde jetzt noch kurz mal schauen, ob auf der Auswahlliste irgendjemand ist, dessen Vertrag jetzt ausläuft in den nächsten drei Monaten, der vielleicht noch nicht unterschrieben hat. Dinko Horkasch zum Beispiel, der Torhüter. Der 25-jährige Torhüter von Bloftiv. Scout-Bericht sagt, dass der jetzt schon dreieinhalb Sterne hätte. Wäre der zufrieden als Ersatzspieler? Weil dann wäre der wahrscheinlich ja auch nicht mal teuer, oder? Er möchte sich seine Optionen offen halten. Hey, der Vertrag läuft in einem Monat aus. Ich weiß nicht, wie lange du es noch offen halten willst. Und Roberto Massimo wäre da. Halte ich für zu schwach, leider. Dementsprechend streiche ich mir den von der Auswahl, ist der gut. Das heißt, da ergibt sich jetzt im Moment mal noch nichts. Jetzt schauen wir noch hier kurz. Ich lösche hier mal alles. Dann schauen wir, ob hier noch Verträge auslaufen für die Positionen, die wir brauchen. Ob da vielleicht noch jemand Interessantes dabei ist. 22 Jahre alt, Jensen Wehr. Salzburg, Lille, Nizza, Gladbach, die Eintracht. Und den ist ehrlich gesagt gar nicht so stark. Aber scouten wir ihn mal. So, da haben wir 19-Jährigen. Francis Okoronkwo von Everton. Royal Antwerpen ist interessiert. Und 19-Jährigen Nigerianer. Dann Braithwaite, Tolai, Ayu. Jukwani, dänischer zentraler Mittelfeldspieler. Den scouten wir auch. Aber der Rest ist irgendwie nicht so der Burner. Anthony Martial? Ja gut, 15 Millionen Gehalt. Ich glaube, dass das jetzt nicht ganz so realistisch ist. Schaut es uns bei den Empfehlungen aus. Da wird Horkasch eben empfohlen. Und Papaya ist auch eher ein Defensiver von Mainz, wo der Vertrag ausläuft. Der wäre eigentlich richtig spannend für uns. Auch Gehaltsmäßig voll in Ordnung. Hat noch Luft nach oben. Also ich glaube, ehrlich gesagt, weil wir wollen ja sowieso auch deutsche Spieler verpflichten. Da bin ich dabei. Rotationsspieler, 600.000 Ausstiegsklausel streichen wir. Ich hätte gerne einen 5-Jahres-Vertrag. Sehr gerne. Ich verhandle jetzt nicht so viel, weil die Konkurrenz dann doch recht groß ist. Aber da würde uns ein richtig guter deutscher Transfer glücken. Das wäre schon ganz cool. So, Massimo haben wir da. Patrick Herrmann. Nico Giannis, den ich eh so gern gepflichtet habe in der Vergangenheit. Michael Scott. Leider nicht der aus The Office, sonst würde ich ihn nehmen. Miguel Menino. Okay, auch nicht wirklich überragend. Gut. Also ich glaube, da ist jetzt nicht so super viel dabei. Dementsprechend bleiben wir jetzt einfach mal dabei und gehen jetzt einfach mal ein bisschen voran. Viersporsch ist entlassen worden bei Rio Awe. Köln mit einem Angebot für Fährmann. Sie wollen keine Gehaltsbeteiligung. Das wäre richtig cool. Baumgartl will einen verbesserten Vertrag. Also ganz ehrlich, mit der Leistung. Jetzt nur nach dem Aufstieg, aber ehrlich gesagt. Verein kann sich keinen besseren Vertrag leisten. Er hat mit sich reden lassen. Das ist gut. Wie gesagt, das ist jetzt kein Spieler, wo ich sage, dass der super überzeugt hat in der 2. Liga. Er hat im Endeffekt nicht viel gespielt und das auch nicht gut. Moment kurz. So, nachdem Loki jetzt weg ist, Kamera wieder gedrayed. Gut. Laufender Scouting-Fokus. Charlie Patino. Den hatten wir in unserem Bordeaux-Safe. Manuel Paulster. Da sieht man halt schon, da werden wahnsinnig hohe Marktwerte angezeigt und da Spieler empfohlen. Sasser ist wieder fit. Yes, 40% der reinvestierbaren Transfereinnahmen. Und das ist auch gut. Das heißt, das wird jetzt auch schon ein bisschen mehr. Jetzt haben wir Jan Regensburg gegen den KSC. Und das erste, das Hinspiel der Playoffs geht 1 zu 1 aus. Leipzig gegen Wolfsburg. Das Finale. Alter, ernsthaft. Jetzt geht die Geschichte mit Fehrmann wieder los. Wolfsburg gewinnt das Duell gegen Leipzig und da ist unser Saisonrückblick. Gut. Die Neuzugänge. Das sehen wir von dem Notendurchschnitt her. Ist Romano Schmid der Beste gewesen. Der mich nach wie vor reizen würde. Damals glaube ich auch nur das Thema mit der... Ah, nicht mal. Kein verletzungsanfälliger Spieler. Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Der wäre halt einer, der im Zentrum oder auf dem Flügel spielen kann. Der könnte eigentlich alle Positionen da vorne abdecken und auch eine Reihe weiter hinten spielen. Also ich würde ihn auf die Ausfallliste setzen, dass wir ihn vielleicht beobachten können. Washington wäre auch der Wahnsinn, wenn wir den noch ein Jahr leihen könnten. Glaube ich zwar nicht, aber probieren wir es. Sortea und Manuba. Die waren ganz gut. Barbosa war auch gut unterwegs. Sasseres hat nicht wirklich überzeugt. Hat aber auch nur neunmal nach Einwechslung gespielt. Und Verletzungspech gehabt. Ja. Sehr durchwachsene Saison irgendwie. Katastrophal gestartet. Auch viele Unentschieden dabei. Danach haben wir so richtig gedreht und gegen Ende nochmal ordentlich gezittert. Die Fans sind alles andere als glücklich, dass das Team dieses Jahr nur den Aufstieg aus der zweiten Bundesliga geschafft hat. Saisonziel ist direkt in die Bundesliga aufsteigen. Naja. So, hier nicht viel anders, was mich wundert. Achso, gut. So, jetzt die Zweitligasaison. So, die Ehrungen. Spieler der Saison. Der Fans. Kicker top. Talente der Saison. Romano Schmid. Neuzugang Manuba. So, unfairster Spieler. Schallenberg. Sechs gelbe Karten. Jüngster und Oe Traogo. Großartige Saison. Passt. Unser erster Aufstieg. Sehr, sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich warte jetzt echt mal ab, bis, wie gesagt, wir in die Bundesliga übernommen werden. Dann werden wir auch sehen, ob es Auswirkungen auf die Marktwerte gibt. Und wenn es die gibt, dann... Dann können wir eigentlich anfangen, die Spieler anzubieten, die wir nicht mehr brauchen. So, UEFA Euro-Kader. So, ehemaliger Spieler Embolo und Kolasinac. Die Teilnehmer und Kalas, den wir in der zweiten Mannschaft haben mittlerweile. Auch der wurde einberufen. Wo ist Luki jetzt eigentlich? Das macht mich immer so stutzig, wenn es leise ist. Das ist dann selten so, dass er irgendwie schläft, sondern meist liegt es daran, dass er irgendwas aushackt. So, Bjatkovski. Ein Spieler von Salzburg, den ich auf der Auswahlliste habe. Aber fällt in wichtigen Spielen ab. Und ich finde vor allem die Werte, Deckung, Tackling, 12, 13, für die Bundesliga fast zu schwach. Streichen wir mal von der Liste. Maximilian Bayer wäre natürlich super interessant, aber das spielt sich für uns und unsere Budgets nicht. Die haben Buch. So. Wir erhalten eine Bonuszahlung, 250.000, weil wir den Klassenhalt geschafft haben. Bei Hoffmann den Klassenhalt geschafft hat, so. Sehr schön, nochmal 250.000. Dann wird uns hier ein Belgier empfohlen. Ganz guter Innenverteidiger eigentlich. Markt ist aber zu gigantisch, aber wir werden ihn mal scouten. So, Okoronko. Scouten wir mal fertig. Der ist scheinbar nicht so interessant. Und der KSC hält die Klasse gegen Jan Regensburg. Jetzt habe ich gerade ein paar Erfolge geschafft. Deine Mannschaft hat in der Saison die meisten Tore erzielt. Drei der Spiele in der Elf des Jahres. Und das letzte habe ich nicht mehr gesehen. So, Rekordzuschauerschnitt. Torschützenkönig Robert Glatzl. Ja. Zelt schon 30 an sich wäre ja auch ganz interessant. Papela akzeptiert Angebot von Bologna. Das heißt, den streichen wir jetzt mal von unserer Liste. So, was gibt es hier? Nichts Spannendes von den Scouts. Angelo Stiller wird uns empfohlen. Ja. Stiller, oder? Nicht Stiller. Nicht Band Stiller. Keine Angebote für Fairman. So, da warten wir jetzt aber eben auch noch ab, bis das Verschieben durch ist. Und dann werden wir, dann werden wir so ein bisschen anbieten anfangen. Mitarbeiterverträge laufen aus, das müssen wir auch noch machen, verdammt. So, Chefphysio Thomas Kühn. Physiotherapie gut, Führungsqualitäten gut. Soll der Sportdirektor einen Vertrag anbieten. Mike Böskens, U19-Assistenztrainer. Im mentalen Bereich ist das super. Diese mentalen Werte sind der Wahnsinn, deswegen würde ich ihm... Aber 349.000 für einen Assistenztrainer? Nee. Sorry, Mike Böskens. Tim Hoogland, U19-Assistenztrainer. Keine aufregenden Werte, aber würde ich jetzt einfach mal belassen. Technischer Leiter, Gerard Asamoa ist halt schon legendär. Aber wofür brauchen wir einen technischen Leiter? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Chef-Scout, Dustin Heun. Keine guten Führungsqualitäten, auf das schaue ich irgendwie immer so bei Abteilungsleitern oder so. Thomas Fink, Scout, verlängern wir. Chef-Leistungsanalyst, Matthias Kreuzer. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Spieleranalyst, Mirko Schuller. Und gut, Christian Buchholz, Scout. So, ups. Jörg Menger, Athletiktrainer, super Athletikwert, Disziplin 4. Naja, Matthias Schober. Ah, der Schober. Jugendabteilungsleiter. Was hat der für Mentale ein... Mentalitäten? Was sehe ich denn das? Relativ professionell, dass die Persönlichkeit, das geht eigentlich auch besser. Der ist halt auch eine Legende. Ich finde, der hat solide Werte und er ist eine Legende. Deswegen kann man dem auch einen Vertrag anbieten. Leistungsanalyst, Marvin Begemann. Ist auch okay. Zahn, Leistungsanalyst. Guckt ihr, er ist jetzt aber nicht gut. Max Balster, U19-Assistenztrainer. Super Nachwuchsarbeit. Super mentale Werte, aber das hilft uns halt nichts. Gebt mir auch frei. Ein bisschen was Taktisches oder Technisches. Vor allem brauchen wir halt auch... Der ist gut. Super Physiotherapeut. Dann Volkan Ünlü. Ja. Wade Joyce. Englischer Scout. Da gibt es, glaube ich, Besseres. Ein bisschen dauert es noch, Leute. Sorry. Holger Genius. Geiler Name. Deswegen verlängern wir ihn. Arthur Yasombek. Super Physio. Athletiktrainer Alexander Stork. Aber so Stork finde ich den gar nicht. Athletik 12. Keinen Vertrag anbieten. Athletik 13. Keinen Vertrag anbieten. Uwe Wester. Was macht der Scout? Anpassungsfähigkeit 2. Also den... Also wenn sich da bei ihm irgendwas... Anpassungsfähigkeit 3. Was sind das für Scouts? Die werden wir nicht verlängern. Charles Taki, U19-Co-Trainer. Auch miserable Werte. Sorry. Jakob Fimpel. Trainer von Schalke 2. Wir haben keine zweite Mannschaft. Dementsprechend kein Vertrag. Dubski. Chefscout. Auch keine sonderlich guten Werte. Also das Scouting werden wir anscheinend echt neu aufbauen. Eppers. U19-Assistenz-Trainer. Auch nicht gut. Also da... Thomas Waldorf. Finde ich auch cool. Legende. Co-Trainer. Also Schalke 2. Braucht man auch nicht. U19-Physio. Finde ich jetzt auch nicht so gut. Torwart-Trainer. Christian Wettklo. Auch eine Legende. Geht aber auch besser. Co-Trainer. Willi Landgraf. Auch Schalke 2. Tut mir auch fast leid. Christian Kösters. Scout. Solide. Aber auch Schalke 2. Dann ein U19-Torwart-Trainer, der nicht gut ist. Nein. Soll ich... Zurückziehen. Dann Willi Schmalz. Statt richtig sympathisch aus. 72 Jahre. Willi Geh in den Ruhestand. Christian Bressau. Krabbe. Physio. Von der zweiten. Auch kein Vertrag. Also allein was wir uns da einsparen, wenn wir den Mitarbeitern von der zweiten Mannschaft hier keinen Vertrag anbieten, ist schon mal nicht so schlecht. So. Felix Gepatz. Torhüter vom Jan. Sagen die Scouts. Hat Viechersterne Potenzial. Kann man sich mal merken. So. Da wurde das Scouting jetzt abgeschlossen. Konstant liebt große Spiele. Kann man sich auch merken. Finanzen wackelig. Transfer-Meeting brauchen wir keines. Bulut. Spieler des Monats. Ein Tor, drei Assists. Auch nicht schlecht. Es ist sowieso der Wahnsinn, was wir hier auf der Rechtsverteidigerposition... Jetzt haben wir so ein Top-Talent von den Bayern bekommen, aber wir haben zwei oder drei Top-Talente selbst auch noch. Da müssen wir wirklich überlegen, was wir mit denen machen. Aber ich werde dann sowieso sagen, dass wir eben da ziemlich viel durchschauen werden in nächster Zeit. Madrigiani. Boah, komm Junge. Ich habe echt momentan keine Nerven für verbesserte Verträge. Jetzt kommen sie alle wegen dem Aufstieg. Verein kann es sich nicht leisten. Darüber ganz und gar nicht glücklich. Sehr glücklich. Das ist... Mit einem fetten Grinsen im Gesicht sagt er mir, dass er überhaupt nicht glücklich ist. Aha. Ja, ich ziehe das jetzt durch, weil natürlich können wir es uns leisten, aber halt nur bei Spielern, die wirklich wichtig sind. An Madrigiani, der jetzt schon nicht Stammspieler wird in der ersten Liga, aber jetzt schon die Rolle Stammspieler hat, das funktioniert nicht, wenn ich dem eine Vertragsverlängerung anbiete. Als Rotationsspieler funktioniert es nicht. Und für mehr hat er halt das Zeug nicht. Drei plus nur, ich verstehe es nicht. Die Atmosphäre auch nicht wirklich gut. Was ist denn da los, Leute? Ich habe euch gerade nach oben gebracht. Ei, ei, ei. Gut, da wird gespeichert. Dann lasse ich es jetzt gut sein. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mir große Freude gemacht. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die neue Saison mit euch. Einen Part werde ich im Voraus noch aufnehmen und dann sehen wir wieder frische Parts aus der neuen Wohnung, wenn im Idealfall beim Umzug alles gut gegangen ist. Also vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.